Servus, heute mal wieder hochgetreten, das erste mal nach einem halben Jahr. Es hat etwa eine Stunde gebraucht. Einmal habe ich eine Pause gemacht, zweimal wurde ich aufgehalten und nach dem Weg gefragt. Also Stunde fünf habe ich insgesamt gebraucht, da habe ich immer fünf Minuten abziehen für das Gequatsche. Bleibt noch eine Stunde, auch ziemlich lang, aber ja, ich bin eher der Daunhörer. Wir fahren jetzt ganz alte Falkenerei runter, dann fahre ich vielleicht nochmal hier hoch oder ich fahre rüber auf den Geistberg. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin trotzdem kein Fan von Anliegern Also ich fahre sie gerne, aber ich bin jetzt nicht der, der sich durchrollert Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein bisschen weird, dass die Sonne halt voll entgegen scheint gerade Ich weiß nicht, ob man es auf der GoPro auch so erkennt, aber die scheint mir ziemlich doll ins Gesicht Und dann musst du erstmal vorne den ersten Jump richtig finden, weil die die ganze Zeit ins Gesicht kämen Und dann geht's mal Und dann geht's mal Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020